Du wirst dich sehr einsam fühlen, wenn deine Mutter gestorben ist. Auch wenn viele Leute dich umarmen. Wenn deine Mutter stirbt, wirst du den wahren Kummer um die wahre Trauer zum ersten Mal erleben. Der Verlust der Mutter hinterlässt eine große Lücke, macht einen fassungslos und sprachlos und hinterlässt eine Lehre, die niemand füllen wird. Egal wie viele Menschen versuchen, dich zu trösten. Die Liebe der Mutter ist einzigartig und bedingungslos. Und wie tief dieser Verlust wirklich ist, spürst du erst nach ihrem Tod. Der Schmerz, den du dann fühlen wirst, zeigt dir, dass dieses Leben vergänglich ist. Diese Welt hinterhältig ist. Und es zeigt dir, was wahre Trauer bedeutet. Der Schmerz, den wir die Welt hinterlässt. Untertitelung. BR 2018